Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, das ich eigentlich nur wegen der WM gerade mache. Wir spielen die zwei Finale, also das Semifinale um den dritten Platz und das Finale durch. Also zuerst Brasilien gegen Niederlande, ne? Dass es mir vielleicht einfällt. Oh, so schlecht. Okay, wir starten das Spiel. Ich habe acht Minuten eingestellt, die Halbzeit und ich bin kein FIFA Pro. Ich kann nicht so viel reden, weil wahrscheinlich der Kommentator die ganze Zeit rein redet. Oder ich habe den sogar ausgestellt, weiß ich nicht mehr. Und es ist ziemlich laut auch. Also, ich rede nicht so viel. Ich muss mich so und so konzentrieren, sonst verkack ich wieder. So, let's go! Oh mein Gott! Wow! Nein! Julio Cesar klärt den Ball. Alter, wie schnell, wie langsam der Typ ist! Oh! Alter, wie langsam! Schlecht, 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 schlecht! Wow! Julio Cesar! Alter, was ist los? Alter, was ist los? Oder? Sehr schön Ja, nicht mehr Ball! Ja, nicht mehr Ball! Ich werde es in meinen Patrouw Oh mein Gott, war das schlecht. So, niemals. Oder? Ja, niemals. 1 zu 0, Fred! Eigentlich kann er es vielleicht doch ausnahmsweise mal. Okay, du bist behindert, das wissen wir. Also ich spiele immer die Mannschaft, zu der ich halte bei der WM. Nur, dass ihr es wisst, so zur Info. So, let's go. 1 zu 0 in der 12. Minute. Alter, was war das? Schade, schade. Oh nein, 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 nein. Boah, gerettet. Ah, ne mal, zu langsam. Das war knapp. David Luiz. Oh mein Gott, mein Passspiel. So, jetzt komm. Nein. Das war schlecht. Oh mein Gott. Aber seines. Das war sehr gut. Das auch. Das war sehr gut. Ah, what the fuck. Ne, nein, 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 nein. Okay, er ist eigentlich gut, aber ich war schlecht. Oh mein Gott, nein, 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 nein Julio Cesar zum dritten Mal Yes So, nee, komm Oh, nein Fuck Yes, du hast den Ball wieder Jetzt Halt ja... Halt ja wie langsam die reagieren. Halt ja wie langsam die reette. Ohhhh. WTF, warum DEM? Ich wollte den anderen spielen. Nein, 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 nein! WTF! Wie viel Glück? Ach du Scheisse! Konter! Wie viel Glück? Vielen Dank. Okay, wir halten zumindest das 1 zu 0. Oder auch nicht. Oh, doch. Okay, wir haben 1% mehr Ballbesitz. Das ist ziemlich cool. Okay, jetzt kurz zu den Einstellungen. Spieleinstellungen. Visuell nicht. Audio, genau. Und da, die tue ich so ein Spiel rufe. Zuschauer, viel leiser. Soundeffekte. So, jetzt passt das. Benutzer Gameplay, Springzeug, all. Das passt jetzt. Zurück und Spiel fortsetzen. Los geht's. Also, wir führen zumindest 1 zu 0. Durch einen sehr schönen Treffer. Also, meiner Meinung nach zumindest. So, Nima. Zeig, was du kannst. Oh, yeah. Und? Und schon die nächste Chance hier. Yes. Nein. Nein. Also, die verteilen hier Geschenke. Im Strafraum. Boah. Ha. Komm, ins Aus, ins Aus, ins Aus, ins Aus. Ins Aus. Ich bin hier. Jetzt weißt du nicht, wo du hinspielen sollst. Sehr schön. Also, jetzt den Einwürfen müssen wir verwandeln. Unbedingt. Ah, fuck. Oh, gar nicht gut. Robben hat den Ball, das ist nie gut. Ja, sehr schön. Uuuuh. Alter. Ich glaube, ich drück ein bisschen zu lange. Yes. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So. Ah, jetzt erst mal geklärt hier. Nicht Robben. Ich hasse Robben. Oh. Ganz ruhig. Nein. Nicht hier. Den Ball verliert. Oh. Oh. Knapp. Kein Elfmeter. Aber gelb. Für Paulinho. Ja, so schlimm war das jetzt auch. Naja. Das ist die erste Karte hier und das erste V eigentlich. So richtig. Aber ja. Oh. Uh. Schlecht. Wir haben nochmal Glück gehabt. Scheiße. Komm, 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 komm. Alter, es gibt's nicht. Ich bin so dumm. Ja, das bringt dir das ganze Tricks nicht bei drei Mann. So, jetzt lauf. Oh, mein Gott. Ja. Ah. So, komm, 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 komm. Ja, Alter. Alter. Ja, ihr dürft auch wechseln, sonst verkackt ihr diese Spiele noch. Wir werden heute nicht wechseln. Vielleicht setz ich Ronaldinho ein, ne? Hehe. So, jetzt. Oscar. Hereingabe ist schlecht. Siago Silva. Sehr gut. Höh. Ne ma, ne ma, ne ma. Höh. Uh. Aber eine schöne Chance für unseren jungen Superstar. Oh, mein Gott. Jetzt. Ne ma. Höh. Geil. Das hat funktioniert. Scheiße, jetzt wieder nicht mehr. Oh, ja, ja, ja. Uh. Alter, der Trick war ja geil. Hab ich sie voll verarscht. Immer dieser David Luise, er ist eigentlich ein Wahnsinn Spieler, ne? So, ne Margit vorbei, ne Margit vorbei. Uh, uh, uh. Watt. 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 Was war da bitte ein Foul? Er ist einfach zu dumm zum Laufen. Das kann kein Foul gewesen sein. Oh, what the fuck? What the fuck? Okay. So, jetzt macht wir ein Traumann nicht Solo, weil wir sind der... Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein. Fuck. Alter, nein. Das darf nicht... Das darf nicht wahr sein. Sie haben ausgeglichen. Oh, mein Gott. Ich bin, wie gesagt, kein FIFA-Gott. Ja, ja, Marcelo, braver Junge. Nein. So, schnell, schnell, schnell zum Nehmen, nehmat, genau. Oh, da fuck, alt ist jeder und nicht wegen dem Scheiß hat. Komm, geht alle auf ihn. Ja, klar. Boah, Julio Cesar. Und wunderschön. Zu viel. Immer wieder. Alter, ich drücke immer zu fest. Das gibt es doch nicht. Ich war... Das war so ein schöner Versuch. Aber es war nicht so extrem viel. Aber der... Ja, der hätte schon reingehen sollen. Ja. Aber ich glaube, so wie es aussieht, geht es in die Verlängerung. Oh. Alter. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, wo spielt denn denn jetzt hin? So, sehr schön. Weil, warum steht jetzt Fred und nicht Nehmer? Alter, die wechseln auch immer wieder die Position. Ich kann mich gar nicht mehr raus. Oh. Ich kann, gib Gummim. Jetzt steht wieder Nehmer hier. Hm. Hm. Boah. Zum Keeper. Bäm. Oh, fuck. So, jetzt ganz ruhig eine Chance herausspielen, all das gibt es nicht. Schlechter Schuss, ich möchte ihm eigentlich noch ein Tor gönnen, dem kleinen Superstar, weil irgendwie funktioniert es heute ja nicht so, wie ich es mir vorstelle, komm, 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 nein, alter. Nein. What the fuck, so jetzt Konter, Konter-Schuss für Niederlande, oh, sie haben verkackt. Sie haben mir auch den Final-Einzugleiter nicht geschafft, ich hätte es ihnen gegönnt, weil sie eigentlich ein starkes Team sind. Komm, Marcelo, gib komm ihm, Junge, gib komm ihm. Fred, du spaßt, also du warst nicht Fred, glaube ich, ich weiß nicht, egal, sie haben verkackt. So, nimmer, und, ja, perfekt. Huh, zu viel, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ah, ich möchte Freda nicht beschimpfen, er ist ein guter Spieler, sonst hätte er es nicht in der Nationalmannschaft geschafft. Schätze ich. Boah, Robben, hey, ist mit ihm falsch wieder mal. Uh, aber da, der Gelb vorge, strafte hier, mach dich. Boah, sehr schön, so, jetzt kommt Konter, Konter, Konter möglich, wat, der pfeift jetzt ab, bei meiner Kontermöglichkeit, so ein Scheißkind. Tja, ich glaube, wir müssen hier in die Verlängerung klassisch. Er hat jetzt schon wieder ziemlich lange, ne? Egal, es ist der erste, und ich möchte hier zeigen, dass ich nicht FIFA 14 spielen kann. Aber ich werde jetzt üben, weil FIFA 15 werde ich mir kaufen. Und da muss ich dann schon ein bisschen besser in FIFA sein, ne? Hätte ich mal gesagt. Boah! Hulks Möglichkeit, sich feiern zu lassen, hat er nicht genutzt. Nein, ich hätte gleich da, nein, egal. Oh mein Gott. So sehr sch... Boah! Alter! Das gibt es nicht! Was war das? Abseits. Ja, es war Abseits. Zum Beispiel, das ist ein Spaß. Die hohen Bälle funktionieren irgendwie nicht. Ja, ziemlich starke Verteidigung. Boah! Traumpass. Aber nicht mit mir. Weg mit der Kugel. Alter Scheissgut. Ja, sehr schön. Oh, 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 oh. Das glaube ich jetzt nicht. Ne, man kann es einfach gerade heute nicht. Oh, oh, oh. Gefährliche Aktion. Oh, oh, oh. Robben, Robben, alleine am Ball, Robben, Robben, Robben. weg weg wo was wäre eine chance für die niederlande dieses match zu drehen sie haben jetzt aber leider diese spiel hier also die flachen also so ecken haben sie nicht drauf zu bewegen gerade gesehen alter junge alter nehmann was mit dir falsch heute wieder mal fred hat wieder mal komplett verkackt war erste halbzeit um so ich glaube wir gehen hier in den elfmeterschießen und das verkacke ich dann zu 100 prozent das könnte ich glaube aber wir müssen jetzt hier noch ein tor schießen weil sonst gewinnen wir es hier nicht so jetzt aber hier zu lange gewartet das schöne chance gewesen aber ja wir haben sie nicht genutzt werden aber so geht es eben am Fußball man spielt sich die Chancen heraus und wenn man Glück hat oder können hat ist sie drinnen aber es geht halt nicht immer so jetzt nema alter du spaß jetzt bleibt er stehen so ein Idiot nema Wurter ich sag's gerade noch ey nicht droben nicht droben oh nein 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 oh oh Gott sei Dank ok gut das hätten wir gelöst dieses Problem nein nein dieses nicht das nächste Problem haben wir noch nicht gelöst äh so ok jetzt konzentration nema ist ganz alleine was macht er kann er den Ball nicht mehr annehmen äh fred natürlich auch nicht warte dein ernst fred du schließt immer im abseits du kleiner spasti warum ist fred eigentlich mittelstürmisch so wir haben gleich wieder den Ball so nimmer geht vorbei an irgendeine egal scheiße nein alter nein nein das darf nicht fassen uuuh da wird Luis wieder mal geklärt hier durch das schöne Ding da du kriegst den Ball fred ha fred ach knapp ja wir haben wieder mal die Chance nicht genutzt ja nicht wieder nein die haben so viel Ballglück diese Niederländer ja komm komm letzte Chance jetzt komm ich brauch den Ball so letzte Chance komm jetzt komm jetzt ja das Spiel ist doch ein paar rüber wir sehen aufs Elfmeterschießen jetzt noch gleich und ich wäre die so extrem verkacken da so Elfmeterschützen ähm boah fuck fred hulk alter wot nie ma also ja passt schon toll die drücke wie komme ich der arbeiter fred halter mit louis okay eigentlich wollte will ich ihn mit tauschen so ihr seht ich habe noch nie wirklich viel vergespielt das wird sie nicht geilen brett kannst sehr schön Robben. Haarumverkackt. Yes. Julio Cesar. Das ist ziemlich hart für mich hier. Warum schießt bitte David Luise an den Elfmeter? Ja, hey. Es ist drin. Yes. Jetzt. Nehma, an dir liegt alles hier. Sag ich ja, an Nehma liegt alles. Wieder einmal an ihm. Nehma! Wir haben gewonnen. Brasilien ist nach meinem Dings hier dritter bei der WM geworden. Und wir werden sehen, wie es dann mit Argentinien und Deutschland aussieht. Ich werde Deutschland spielen, weil ich eher für sie bin, weil sie ja, ich bin einfach für sie. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Ciao Leute!